Dem englischen Fußballklub Manchester City droht womöglich ein Ausschluss aus der nächsten Champions League. Der Europäische Fußballverband UEFA zieht aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die Regeln des Financial Fair Play der Europäischen Fußballunion eine Sperre von mindestens einer Saison in Erwägung. Der Enthüllungsplattform Football Leagues waren intern E-Mails und Dokumente des Vereins zugespielt worden, die offenbar belegten, wie ManCity systematische Regelverstöße begingen. So sollen als Sponsorengelder deklarierte Spenden in Wirklichkeit vom Clubbesitzer stammen. Die UEFA hatte daraufhin eine Untersuchung eingeleitet. Der englische Meister bestreitet die Vorwürfe. Sie dienten dazu, den Ruf des Clubs und seine kommerziellen Interessen zu beschädigen. Bereits 2014 war ManCity wegen der Umgehung der Fairplay-Regeln zu einer Geldstrafe verurteilt worden.